Wir sind keine Freunde mehr, habe ich verstanden. Wer geht als erstes in den Knast? Sag Moritz, wofür? Erregung öffentlicher Langeweile? Ich brauche wirklich deine Hilfe. Hallo Lena. Hi. Ich finde es immer ganz spannend zu erfahren, was die Schauspieler am Anfang gedacht haben, als sie zum allerersten Mal von diesem Projekt gehört haben und dann vielleicht beim Casting waren und jetzt nach drei Staffeln retrospektiv nochmal drauf schauen. Wie ist es bei dir? Also vor der ersten Staffel war ich wahnsinnig unsicher. Es gab irgendwie noch überhaupt keine richtigen Drehbücher. Es gab so eine Serienbibel, wo so grob drin stand, was passieren soll. Davon ist natürlich später dann gar nichts passiert. Und dann wusste man irgendwie, man dreht ja jetzt diese Netflix-Serie und es gab überhaupt erst eine andere deutsche Netflix-Serie. Das heißt, man hatte keine Ahnung, ob das gut wird, ob das funktioniert, ob das kein Mensch schaut, ob das ganz viele schauen. Und da war eine große Verunsicherung. Und dann hat die erste irgendwie ganz gut funktioniert. Und trotzdem hat man das auch noch nicht so richtig verstanden. Und dadurch, dass man nie diese Menschen gesehen hat, wie jetzt irgendwie bei einer Kinopremiere oder so, war das auch gar nicht so greifbar. Auf einmal hat man nur diese wahnsinnigen Zahlen gehört und irgendwie in den sozialen Medien mitbekommen, das viele Menschen aus der ganzen Welt total toll finden. Und irgendwie erst so bei der dritten konnten wir das jetzt so richtig genießen. Und ja, hatten richtig Spaß, glaube ich, dabei zu drehen und uns so in die Charaktere reinfallen zu lassen. Und hatten einfach so eine richtig gute Zeit zusammen, weil wir wussten, da gibt es so wahnsinnig viele Menschen, die sich einfach so darauf freuen, dass noch was kommt. Ja, also wie abgefahren ist bitte die dritte Staffel. Ich habe wirklich teilweise so laut gelacht. Also jetzt gibt es halt schon so viele Staffeln. Und wenn man am Anfang gar nicht damit rechnet, dass es halt so einschlägt. Und die Serie ist ja wirklich, ich kenne niemanden, der die Serie nicht abfeiert. Und dann auch nochmal weltweit. Was macht das eigentlich mit einem selbst? Also der Bekanntheitsgrad wächst. Ist das was Gutes oder was Schlechtes, wenn du auf einmal auch im Urlaub quasi angesprochen wirst? Was macht das mit der Karriere und auch vielleicht mit einem selbst? Ja, das ist so komisch, weil man das natürlich immer gar nicht richtig greifen kann und einem das nicht so bewusst ist. Und irgendwie dann erst, wenn man eben von Menschen auf der Straße erkannt wird, dann merkt man das so. Oder wenn man irgendwie merkt, was für ein Feedback es auch in den Medien gibt. Aber grundsätzlich ist es natürlich total schön, wenn man was kreiert, was Menschen gefällt, wo Menschen eine eigene Meinung zu haben. Oder ich finde es immer total schön, wenn Menschen einem dann ihre Lieblingsszene erzählen oder was sie irgendwie jetzt erwarten für die nächste Staffel oder so. Also grundsätzlich gibt es ja nichts Schöneres, als wenn man ein Teil von etwas ist, was Menschen einfach total gefällt. Und das kennt man ja selber, wenn man so ein Fan von irgendeiner Serie ist oder so. Man wirklich da irgendwie darauf wartet, dass was Neues kommt. Und wenn man das dann schafft, bei anderen Menschen auszulösen, dann ist das natürlich grundsätzlich was total Schönes. Wie war es für dich, die dritte Staffel zu sehen? Was hat dir daran so gut, also was hat dir gefallen? Ich war total aufgeregt, die dritte Staffel zu sehen und auch fast so ein bisschen emotional, weil wir ja irgendwie auch immer noch nicht wissen, ob es weitergeht und was überhaupt kommt. Und es hat sich halt auch beim Drehen schon so ein bisschen wie Abschied am Ende angefühlt. Und dann dachte ich immer noch so, ja okay, jetzt kann ich sie aber dann noch gucken und habe noch was vor mir. Und dann wollte ich gar nicht so anfangen, weil dann wusste ich, dann kann ich auch die nicht mehr zum ersten Mal gucken. Und dann habe ich es aber doch gemacht. Und dann fand ich es einfach wieder wahnsinnig toll, wie das alles zusammenkommt und wie die das auch immer schaffen, noch im Nachhinein beim Schneiden so viele tolle Sachen mit einfließen zu lassen. Und oft beim Drehen weiß man immer gar nicht, wie das am Ende wird. Und jetzt ist es dann wieder so ein megacooles Gesamtpaket, was man irgendwie so einfach durchbingt und gar nicht merkt, dass schon wieder sechs Folgen vorbei sind. Aber jetzt mal ehrlich, also wir gehen ja alle davon aus, dass die Zuschauer nach einer vierten Staffel schreien, oder? Ich hoffe doch. Ich glaube, davon hängt es ein bisschen ab. Wenn es genug Leute gucken, dann dürfen wir vielleicht auch mal weitermachen. Ich glaube, ich kann dir sagen, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es erzielen wird. Aber sag mal, glaubst du, dass man irgendwann einmal zu viele Staffeln von, also dass es vielleicht mal zu viel des Guten gibt? Ja, ich bin ja auch ein großer Verfechter von dem Satz, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Es kann auch manchmal nach hinten losgehen, wenn man irgendwie was so bis aufs Äußerste ausreizt und unbedingt noch weitermachen will. Deswegen wäre es, glaube ich, auf jeden Fall bei uns gut, wenn man so ein bisschen Zeit vergehen lässt. Also wir drehen auf jeden Fall dieses Jahr keine Staffel, was ich überhaupt nicht schlimm finde, sondern irgendwie alle können erst mal durchatmen, können erst mal verarbeiten, was da so passiert ist. Und dann kann man vielleicht auch schauen, ob ein bisschen Zeit vergangen ist in der Serie und wo man die überhaupt noch mal alle zusammenkommen lässt. Also die haben alle Abitur gemacht. Es gibt nicht mehr diesen Mikrokosmos Schule, sondern man müsste irgendwie schauen, wo die sich überhaupt noch finden und wie die sich alle entwickelt haben. Und dann kann, glaube ich, schon noch mal echt was Spannendes passieren. Deine Figur hat mich ein bisschen überrascht. Also ich fand, die hat so, wenn ich das mal so sagen darf, da gab es so ein paar Arschloch-Moves. Ja, aber die gibt es schon, finde ich, seit der ersten Staffel. Also ich finde, die Lisa war schon in der ersten Staffel ein Arschloch irgendwie. Und in der zweiten war sie dann irgendwie wieder mit Mo zusammen und da war irgendwie alles schön. Und jetzt in der dritten ist sie halt wieder so ein bisschen auf ihrem eigenen Weg und hat so gemerkt, dass es irgendwie auch wichtig ist, dass man sein eigenes Ding durchzieht und hat irgendwie endlich was gefunden, was ihr auch selber gefällt und was sie machen möchte. Und natürlich ist es nicht so cool, dass sie jetzt da Moritz aushorcht. Aber ich glaube, dass sie eigentlich die Einzige ist, die ihn irgendwo noch beschützt und auf ihn aufpasst und ihn auch im Blick hat und am Ende ihm irgendwo auch den Arsch rettet, weil keine Ahnung, wen der alles noch umgebracht hätte. Aber jetzt zu viel zu verraten. Genau, aber nochmal Stichwort, ohne zu spoilern, worauf können sich denn unsere Zuschauer freuen in der dritten Staffel? Auf wahnsinnig viele Shots in jeglicher Hinsicht. Sei es zu trinken, sei es zum Schießen, sei es Einstellungen in der Kamera. Also mein Stichwort ist immer nur Shots. Es gibt viele Shots. Nun passieren ja in der Serie viele, viele Dinge, viele Fehltritte, Fehlentscheidungen. Es geht um Drogen, es werden Menschen umgebracht, keine Ahnung. Aber es geht dann vor allen Dingen auch um Freundschaft. Wie weit würdest du gehen, also würdest du etwas Illegales für deine beste Freundin machen? Ja, ich glaube, wenn man mit Menschen so verbunden ist über so einen langen Zeitraum und man einfach wirklich sehr nah einer Person steht und merkt, die ist irgendwie in eine Situation geraten, wo sie selber nicht mehr rauskommt und man die einzige Person ist, die ihr irgendwie helfen kann, dann glaube ich, würde man sehr viel machen. Auch wo man vielleicht im Nachhinein denkt, oh Gott, wie ist das gut gegangen oder wie habe ich das überhaupt gemacht? Aber das ist ja irgendwie so das Schöne, dass man am Ende sich auch auf andere Menschen verlassen kann und nicht nur auf sich selbst. Und ich finde, das spürt man auch in der dritten Staffel so, dass jeder irgendwie nur so gut ist, wie die Menschen um sich rum und jeder versucht so sein eigenes Ding zu machen. Aber am Ende brauchen sie doch einander. Aber am Ende brauchen sie doch einander.